Herzlich Willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Nachdem es in den letzten beiden Videos eher zahlenlastig um Autos ging, beschäftigen wir uns heute wieder mit dem Thema Klimawandel. Allerdings eher indirekt und durchaus auch wieder ein Stück weit zahlenbasiert. Wir schauen uns eine Studie an, in der beleuchtet wird, wie sich die Klimawandelleugnung insbesondere auch bei YouTube verändert hat. Über besagte Studie bin ich allerdings nicht selber gestolpert, sondern habe sie in einem Video von Sabine Hossenfelder gesehen. Ich schätze mal, die meisten Zuseher meines Kanals werden die eh schon kennen. Für alle anderen verlinke ich unten den durchaus großen Kanal in der Beschreibungsbox. Frau Hossenfelder ist Physikerin, die täglich englische Videos zu allen möglichen Themen herausbringt. Oft geht es logischerweise um physikalische News, aber auch immer wieder um den Klimawandel. Anfänglich hatte ich sie, wie vermutlich auch viele andere, in die Gruppe der Verneiner des menschgemachten Klimawandels einsortiert. Beschäftigt man sich aber etwas intensiver mit ihren Videos, so ist diese Einordnung nicht so ganz zutreffend. Und insbesondere in letzter Zeit veränderten sich ihre Videos zu dem Thema recht deutlich. Von einem, es wird schon nicht so schlimm werden und wir haben genug Zeit zur Adaption, hin zu einem Video zur Klimasensitivität, das sie mit Also etwa, ich war unbesorgt über den Klimawandel, nun bin ich es, betitelte. Heute soll es aber nicht direkt um ein Video von ihr gehen, sondern um die bereits erwähnte Studie mit dem Titel Also gekürzt, wie die sozialen Netzwerke und Content-Ersteller von der Verbreitung neuer Formen der Klimawandelleugnung profitieren. Durchgeführt wurde diese Studie vom Center for Countering Digital Hate, einer in den USA und England beheimateten NGO, also Nichtregierungsorganisation. Jetzt könnte man natürlich fragen, was hat ein Verein gegen den digitalen Hass mit Klimawandelleugnung zu tun? Das klärt sich aber schon auf der ersten Seite, da sie dort schreiben, dass sie sich nicht nur den Kampf gegen Hass im Internet, sondern auch den gegen Miss- bzw. Desinformation auf die Fahne geschrieben haben. Das passt natürlich leider wieder ziemlich gut zum Thema Klimawandel, denn diesbezüglich finden sich ja auch unter meinen Videos immer wieder extrem haarsträubende Sachen und genau um sowas geht es den Erstellern der Studie. Und sie zeigen, wie sich das Narrativ der Gegner in den letzten fünf Jahren gewandelt hat. Hierzu haben die Autoren anfänglich 122 YouTube-Kanäle, die schon früher durch Anti-Klimawandel-Propaganda aufgefallen waren, mit KI-Tools durchsucht. Die Transkripte wurden mit einer eigens darauf getrimmten Software auf bestimmte Formulierungen bzw. deren Derivate durchforstet. 96 Kanäle blieben übrig, die im Zeitraum von 2018 bis 2023 immer wieder durch Falschaussagen zum Klimawandel auffielen. Darunter zum Beispiel der Kanal von Jordan Peterson, ein ultra-rechter Amerikaner, für den zumindest gefühlt schon jeder Vogue ist, der einer Frau das rechterfreie Meinungsäußerung zugesteht. Ja, und der auch gern mal behauptet, die einzig gesunde Ernährung der Welt sei es, zu 100% nur Fleisch zu fressen. Aber außer den großen amerikanischen MAGA-Kanälen finden sich auch zum Beispiel meine Freunde von Eike, die ja bekanntermaßen auch jede noch so abwegige Theorie aufgreifen, warum es keinen menschgemachten Klimawandel gäbe. In Summe wurden 12.038 Videos mittels dieser Software durchsucht. Das Ziel war, die bereits angesprochene Änderung des Narrativs nachzuweisen. Immerhin kamen die Videos in Summe auf über 300 Millionen Views, hatten also bereits sehr viele Leute erreicht. Die Autoren der Studie unterschieden nun die Aussagen in den Videos in Old Denial and New Denial, also alte und neue Leugnung, wobei Old Denial darauf abstellt, dass es entweder gar keine globale Erwerbung gäbe oder beziehungsweise sie zumindest nicht durch Treibhausgase verursacht wird. Nun sind die Auswirkungen des Klimawandels schon viel zu eindeutig und messbar, sodass nur noch extremst ewig gestrige an diesen kruden Tresen, ich drösel das gleich auch noch weiter auf, festhalten. Und es verschiebt sich nun immer mehr in Richtung des New Denial. Schauen wir uns einfach mal ein paar der Thesen an. Ich verlinke euch in der Beschreibungsbox die Studie. Dann könnt ihr die einzelnen Punkte auch selber nachlesen, beziehungsweise den Quellen folgen. Es würde jetzt hier zu weit führen, jedes Antiklimawandel-Märchen nochmals zu widerlegen. Aber ihr bekommt mit den Quellen in der Studie genug Futter für weitere Diskussionen. Ich blende euch das englische Original jetzt ein und wir gehen die einzelnen Punkte kurz durch. Beginnen wir damit, dass es angeblich überhaupt keinen Klimawandel gäbe. Und die Falschaussagen, die eben dies belegen sollen. Es würde nicht weniger Eis geben, beziehungsweise es gäbe keine geringere Schneebedeckung. Es wird die Behauptung aufgestellt, dass es in Grönland mehr Eis gäbe als zuvor. Das ist schlicht und ergreifend falsch. Es gibt seit vielen Jahren Messungen der NASA, die sowohl in der Antarktis als auch im Grönland jedes Jahr Milliarden Tonnen weniger Eis messen. Und weiter geht es dann mit, wir nähern uns einer Eiszeit. Es wird gar nicht wärmer, sondern kälter. Wegen des Sonnenzyklus zum Beispiel. Ja, eine durchaus bis in die 70er Jahre auch im Kreis der Wissenschaft ernsthaft geprüfte These. Inzwischen aber komplett widerlegt. Selbst wenn die Sonne einen extrem schwachen Zyklus haben sollte, wo es momentan überhaupt nicht nach aussieht, würde das nicht für eine neue Eiszeit ausreichen. Es sei viel zu kalt, als dass es einen Klimawandel geben könne. Na, irgendwie fast schon ein Klassiker. Trump kagrellte ja auch in einem Winter herum, dass es doch endlich mal warm werden möge. Wo denn der Klimawandel sei? Auch als es Anfang Dezember in Teilen Bayerns etwas schneite, kamen gleich die »Seht ihr es, es ist gar nicht zu warm« Heinis aus ihren Löchern. Ja, blöd nur, dass die Klimaforscher seit den 50ern exakt solche extremeren Wetterereignisse unter anderem auch stärkere Winter vorhersagten und das nun schlicht eintritt. In den letzten Jahrzehnten hat es keine Erwärmung oder signifikante Temperaturänderung gegeben. Ja, ich habe zugegebenermaßen keine Ahnung, wo das jetzt herkommen soll. Alle Aufzeichnungen und auch meine eigene Lebenserfahrung zeigen ganz klar, dass es insgesamt wärmer geworden ist. Der Anstieg der Meeresspiegel wäre übertrieben bzw. es gäbe überhaupt keine Beschleunigung dieses Anstieges. Ja, das mit der Übertreibung ist durchaus korrekt. Allerdings kommt die, soweit ich das recherchiert habe, eben gar nicht aus dem Lager der Klimaforscher, sondern meist aus der Presse. Das Bild des im Wasser stehenden Kölner Doms wird auch heute noch gern von Klimawandelleugnern in Social-Media-Posts verbreitet. Das war allerdings eine reine Fantasie des Spiegelzeichners und hatte nichts mit den Vorherberechnungen der Klimaforscher zu tun. In den sogenannten entwickelten Ländern wird das eh zu keinem direkten Problem. Machen wir halt die Deiche etwas höher. Nur was ist mit den armen Ländern im globalen Süden? Dort räuchen auch die Anstiege, die seriöse Forscher berechnen, um zu großem Leid zu führen. Die letzte der Thesen zur totalen Verneinung finde ich persönlich am geilsten. Es gäbe überhaupt keine vermehrten Extremwetterereignisse. Alles wäre so wie früher. Ja, nee, schon klar. Wer das insbesondere nach den letzten paar Jahren tatsächlich noch immer behauptet, da gebe ich dann zugegeben auf. So verpeilt oder ignorant kann man eigentlich nicht wirklich sein. Die zweite Falschbehauptungsheadline der alten Leugnung postuliert, dass die vom Menschen freigesetzten Treibhausgase gar nicht zur Erderwärmung beitrügen. Hierzu werden überwiegend zwei Thesen aufgeführt. Erstens, die Klimaerwärmung würde rein auf natürliche Vorgänge, besonders auf Sonnenzyklen, zurückgehen. Ja, das war früher auch tatsächlich so. Aber das zog sich immer über Jahrtausende oder gar Jahrzehntausende, nicht Jahrzehnte wie aktuell. Dann zweitens noch eine wiederum sehr krude Aussage, dass es keine Beweise für einen Treibhauseffekt gäbe. Dazu hatte ich euch schon mal ein ganzes Video gemacht. Gern wird in dem Zusammenhang von wissenschaftsfernen Leuten auch auf die 0,4% CO2 in der Atmosphäre hingewiesen. Tja, Bildung hilft auch hier. Ansonsten empfehle ich dann immer gern einfach mal 0,4% der eigenen Körpermasse an Arsen zu sich zu nehmen. Ja, immerhin stirbt man dann im Wissen, wenigstens etwas im Leben gelernt zu haben. Ja, ich weiß, das war jetzt natürlich total fies und natürlich kann ich niemandem empfehlen, Arsen einzunehmen. Aber genauso wenig kann ich es inzwischen ertragen, solchen Leuten zuhören zu müssen. Da die sich dann auch gern oft noch als besonders gebildet selbst darstellen. Das also mal die Aussagen zur alten Leugnung. Die nehmen, wie wir im Verlauf des Videos noch sehen werden, inzwischen aber stark ab. Ob es daran liegt, dass die Videoersteller eingesehen haben, dass man mit so plümpen Lügen nur noch wenige erreicht? Oder ob es schlicht daran liegt, dass sich solche Märchen nicht mehr bei YouTube monetarisieren lassen, überlasse ich euch. Inzwischen sind die Leugnungen deutlich subtiler geworden. Der Klimawandel an sich wird nicht mehr so häufig negiert, sondern seine Auswirkungen werden zum Beispiel als eher harmlos oder sogar positiv dargestellt. Eine der Thesen behauptet, dass die Klimasensitivität, also wie stark der Ausstoß von CO2 mit den Klimaveränderungen korreliert, viel geringer sei als von der Wissenschaft vorhergesagt. Nach neuesten Forschungen sieht es ganz im Gegenteil so aus, dass die Sensitivität eher noch höher ist als in den bisherigen Modellen verrechnet. Beziehungsweise dass Berechnungen, die im IPCC-Report als zu negativ verworfen wurden, womöglich doch die Tatsachen besser darstellen als die bisherigen eher konservativen Modelle. Eine auch bei mir in den Kommentaren immer wieder gern genommene Behauptung ist die, dass Pflanzen, Tiere und auch Riffe vom Klimawandel bzw. dem CO2 profitieren würden. Das können wir dann zusammen abfrühstücken mit der folgenden Aussage, dass CO2 eher Dünger als schädliches Gift sei. Das Perfide an diesen Aussagen ist, dass sie auf den ersten Blick sogar stimmen. Gerade Pflanzen benötigen CO2 zum Verstoffwechseln. Tja, blöd ist halt nur, dass die Schäden durch den Klimawandel die positiven Effekte aus Pflanzenwachstum bei Weitem überwiegen. Kommen wir zu einem weiteren Themenkomplex, der sich derzeit auch sehr häufig unter meinen Videos findet. Nämlich, dass es gar keine sinnvollen Lösungen gegen den Klimawandel gäbe. Jetzt kommen dann die Lieblingssätze der Besitzstandswahrer. Wie zum Beispiel, Klimapolitik, die die Auswirkungen mindern soll, ist eher schädlich. Gern werden da Windräder als das Böse an sich dargestellt. Mal wegen des angeblichen Landverlustes oder Vogelschlag. Ganz lustig auch so esoterische Dinge wie Infraschall. Im Endeffekt natürlich Blödsinn. Der Teil des Fundamentes eines Windrades, der tatsächlich nicht mehr als landwirtschaftlich nutzbar definiert werden kann, ist verschwindend gering. Und auch die Sterblichkeit von Vögeln ist im Vergleich zu anderen Zivilisationssegnungen oder auch natürlichen Jägern praktisch zu vernachlässigen. Klimapolitik berechte eh nix. Wir würden ständig neuen Blödsinn wie Energiesparlampen und Co. aufs Auge gedrückt bekommen. Und der Energieverbrauch ginge überhaupt nicht runter. Ja, eine sehr seltsame Argumentation. Denn ohne die ganzen Maßnahmen würden wir noch sehr viel mehr Strom als jetzt benötigen. Dann noch die Nummer mit den angeblich nicht funktionierenden erneuerbaren Energiequellen. Besonders die Nukis werden ja nicht müde, vom sogenannten Zappelstrom zu reden. Ja, fangen aber irgendwie selber wie wild an zu zappeln, wenn man ihnen die häufigen Ausfälle, zum Beispiel der französischen AKW, aufzählt. Auch immer wieder gern genommen die steile Angstthese, dass unser Lebensstandard sinken würde, wenn wir uns nicht an Fossil und Atom kletten. Ja, unser Lebensstandard wird definitiv sinken, aber eben weil wir uns nicht in die Zukunft aufmachen, sondern an veraltetem Kram festhalten wollen. Zu guter Letzt erfolgen dann die intensiven Versuche, die Klimawissenschaftler zu diskreditieren. Immer wieder gern genommen die angeblich die wolkenunterschlagenden und damit unzuverlässigen Klimamodelle. Ja, die Bedeckungen waren zwar schon in den allerersten Modellen in den frühen 60ern enthalten, aber hey, wen interessiert denn schon die Wahrheit? Dann haben wir noch den immer wieder gern genommenen Vorwurf, die Klimawissenschaftler wollten eine Hysterie schüren oder wären gar korrupt. Beweise bleiben die Leugner zwar schuldig und sie vermeiden es auch immer tunlichst, ihre eigenen Finanzierungsquellen offen zu legen. Aber hey, wen interessieren denn echte Fakten? Schauen wir uns das Ganze jetzt in einer Auswertung über die Zeit an. So sieht man auf den ersten Blick, dass insbesondere die Leugnung des Klimawandels an sich bei den untersuchten YouTube-Kanälen stark zurückgegangen ist. Wie gesagt, ob das Einsicht oder die Demonetarisierung war, kann und will ich nicht beurteilen. Klar nachweisbar ist es aber. Was hingegen stark zugenommen hat, ist insbesondere das Zweifelsähen, dass die Lösungsansätze funktionieren. Beziehungsweise eher noch, dass diese für die Zuseher sogar schädlich sein könnten. In der Studie wurden für den neuen Typus der Klimawandlung zwei Kanäle besonders herausgearbeitet. Zum einen Blaze TV, ein Kanal, der einem in den USA recht bekannten Klimawandelleugnern zugeordnet wird. Der hatte auch schon früher mal immer wieder Leugnungsvideos rausgehauen. Aber seit 2021 ist der Output drastisch gestiegen. Noch extremer bei Jordan Peterson, der das Thema Klimawandel früher kaum beackerte. Und interessanterweise ebenfalls seit 2021 ein Video nach dem anderen mit einer der neuen Leugnungsthesen raushaut. Das kann natürlich reiner Zufall sein. Aber wer meint, dass es dabei nicht um knallharte wirtschaftliche Interessen geht, der glaubt wahrscheinlich auch, dass Öl einfach so aus der Tankstelle sprudelt. Die wichtigsten Claims der neuen Leugner sind übrigens, dass die Klimabewegung unzuverlässig sei, dass Erneuerbare eh nicht funktionieren, dass die Wissenschaft unzuverlässig sei und dass Klimapolitik schädlich wäre. Wie gesagt, das findet sich auch immer wieder unter meinen Videos. Gern auch in per Copy and Paste eingefügten Monster-Traktaten. Ich bin auch schon sehr gespannt, was für Märchen ich unter diesem Video wieder vorfinden werde. Die Autoren der Studie kommen zu dem Schluss, dass der Rückgang der alten Leugnungen zu einem Großteil auf die Demonetarisierung der entsprechenden Videos zurückzuführen sei. Sie fordern von YouTube und den übrigen Social-Media-Plattformen, auch die neuen Claims mit Werbebands zu belegen, da es sich nach Abschätzung der Studienautoren um ein ca. 13 Millionen Dollar schweres Business handelt. Teilweise ist es dann auch völlig verrückt. Die Autoren zagen z.B. eine Werbung mit Patrick Stewart, der auch als Captain Picard des Raumschiffes Enterprise bekannt ist, der für eine Flüchtlingsorganisation wirbt. Und das ausgerechnet vor einem Video, das den Klimawandel verharmlost. Das eine, nämlich die Flucht vor Armut, hängt oft direkt mit dem anderen, also dem Klimawandel, zusammen. Oder eine Werbung für einen Anwaltsverein, der gegen Big Oil vorgehen möchte, ausgerechnet vor einem Video von Jordan Peterson. Seine wirtschaftlichen Verbindungen zur Ölindustrie könnt ihr euch gerne selber ergoogeln. Letztlich stellen die Autoren die Forderungen auf, dass die sozialen Plattformen auch die neuen Leugnungsthesen nicht mehr monetarisieren oder gar deren Ausspielung verhindern sollten. Frau Hossenfelder sieht das eher kritisch. Und da möchte ich mich aus zwei Gründen ausdrücklich anschließen. Zum einen können wir, wie gerade angedeutet, getrost davon ausgehen, dass insbesondere bei den größeren Kanälen der wesentliche monetäre Anreiz zu diesen Videos nicht aus der Monetarisierung von YouTube und Co. kommt. Da dürften ganz andere wirtschaftliche Interessen dahinter stehen. Insbesondere, wenn ich bedenke, was so ein kleiner Pille-Palle-Kanal wie meiner schon für finanzielle Angebote für Videos bekommt. Zum anderen sind gar nicht mal so sehr die Ersteller der Videos das Problem, sondern die 300 Millionen Menschen, die sowas sehen wollen. Das ist irgendwie ein klassisches Spiel von Angebot und Nachfrage. Wenn solche Videos niemand anschauen würde, dann würde es auch keinerlei Sinn ergeben, sie überhaupt zu erstellen. Ja, so springen dann auch Kanalbetreiber, die so überhaupt gar nichts mit den Themen zu tun haben, wie selbsternannte Survival oder Aktienexperten auf den Zug auf und versuchen da, möglichst viel Kohle mitzunehmen. Es wird uns nichts anderes übrig bleiben als immer und immer wieder die tatsächlichen Fakten herauszuarbeiten. Denn den Schwurblern die Meinungshoheit einfach so zu überlassen, das kann es irgendwie auch nicht sein. Schwierig bleibt es natürlich bei Leuten, die befürchten, etwas zu verlieren. Die sind halt leider für einfache Parolen empfänglicher als, ich gebe es ja zu, für durchaus manchmal komplizierte Erklärungen. Und ja, ich habe es hier schon öfter zu Protokoll gegeben, dass ich es sehr erschütternd finde, wie wissenschaftsfeindlich ausgerechnet wir Deutschen, aber allgemein auch die Privilegierten in den Industriestaaten in den letzten Jahren geworden sind. Wie ist das eigentlich bei Euch? Versucht Ihr, die Leugner oder wenigstens die Zweifler noch mitzunehmen? Ihnen die Zusammenhänge zu erläutern? Falschinformationen zu widerlegen? Oder habt Ihr bereits resigniert? Habt Ihr auch manchmal das Gefühl, dass die Hardcore-Leugner allen tatsächlichen Beobachtungen zum Trotz immer mehr werden? Schreibt mir das gern unten in die Kommentare, auch wenn ich mir recht sicher bin, dass die Kommentarspalte auch bei diesem Video wieder sehr schnell von der Gegenseite geflutet wird. Und nein, liebe Schwurbler, niemand will Euch in 15 Minuten Splette einsperren, das Autofahren oder in Urlaub fliegen verbieten. Es würde schon völlig ausreichen, wenn jeder sein Handeln einfach aktiv hinterfragt und schaut, was er, sie, es selber tun kann, um zumindest einen kleinen Teil zur Verlangsamung des Klimawandels beizutragen. Sei es eine Kompensation des Urlaubsfluges, der Umstieg auf ein E-Auto oder vielleicht auch nur hin und wieder den Joghurt durch ein veganes Ersatzprodukt zu ersetzen. Jede Hochkultur in der Geschichte der Menschheit ist letztlich an den Menschen, die sich weigerten, auf neue Gegebenheiten zu reagieren und dachten, es würde immer alles auf Ewigkeiten so weitergehen, untergegangen. Und ich habe zugegeben, immer weniger Hoffnung, dass der angeblich so gebildete Mensch des 21. Jahrhunderts es schafft, diesen Zyklus in irgendeiner Weise zu durchbrechen. Ja, mit dieser eher düsteren Prognose soll es das für heute aber mal wieder gewesen sein. Von euer Stefan Lenz. 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 Von euer Stefan Lenz.